holzen und gestorben 15 aber echte du grüßt vor mir haben sowohl zu allem so muss er um alle am Storz stehen bleiben es grüßt die Vorsprung Lüge hoch aber freiheitlich und wir wollten ja tierfreundlich sind mit der Stiftung steht auf sie an der Ostsee ohr in Ordner oder 1 wir haben auch noch ein solcher Drecksack Oh! Boah, Alter! Gehen Scheiße! Wäre der nicht mal vorne gekommen wäre, wäre es gut gegangen. So? Oh nein! Irgendeiner hat gerade ein Lubin gemacht. Voll auf der Neue! Scheiße! War das mit dem Weißen? Ja, der mit dem Weißen war gut, oder? Wenn der übelste Überschlag gemacht hat. Alter, Onkel, du dodsch mich grad ein bisschen an! Du hast mich auch angedodsch, du sagst du was nicht! Oh, crazy, schieb's da mal von mir durch! Ey, da war ne Kurve crazy, aber auch nicht. Ich hab ja, ich hab doch abge... Ich hab die Kurve ja gekriegt! Du bist nämlich der mit der schwarzen Karre, die mich da abgedrängt hat, du sagst du! Ich hab das Bett an eingestuppst! Ach ne, dann ist das Blue gewesen! Boah! Boah, ist das Heißpeed? Das ist jetzt Heißpeed! Alter, das ist doch schnell! Mann, fahr doch nicht los, du dumme Sau! Er hat dir die Vorfahrt genommen! Die Kai nimmt dir die Vorfahrt! Voll links, Alter! Schrei doch nicht! Mann, Himmel, Blutdruck! Du musst aber Blutdruck denken! Schön gut bleiben, ey! Richtig gut! Richtig gut so! Boah! Boah, die stehen irgendwelche Autos mitten auf der Gas! Alter! Na? Oh Freunde, ich hab' dir da von hinten angepfeffert wie ein Idiot, ey! Oh, mein Gott! Heute ist echt... Heute bei GamerShake Aggressionsabbauung! Aggressionsbewältigung! Boah! Alles ist super! Nein! Nein, ich bin in der Baustelle! Oh, nein! Nein! Äh, hihihi! Du-du-du-du-du-du-du-duz-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Immer schön locker bleiben! Ich bin locker! Immer schön durch die Hose atmen! Ja! Ja! Ja, aber beim zweiten Platz hätte ich mich auch mal gefreut wirste, aber... so ein Eierkopf von hinten kommt da Krühe du musst dich an da und jetzt mehr ich bin ja vierter du wägst dich ja gar nicht auf ne also äh ich sitz grad hier und bepisse mich so selber weißt du äh R-Ring ist im TXT den runterholen ne mach ich nicht zumal ich ihn bestimmt kann runterhole also den Job den mach ich auch nicht also ne könnte vergessen hat er geschrieben hol mal runter hat er geschrieben was ist denn hier schief gelaufen ne heute ist mal geschlossene heute ist mal geschlossene Sitzung boah dritter Podium allen in der Aufnahme hallo er lebt ganz klaren Vorteil ne hu setze fort knack 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 was war's das jetzt mit deinem Spielnächster mhm ja und Ding ja ruck zuck war Ding halbe Stunde prima ruck zuck ja so so ne halbe Stunde Frust ist cool das ist auf jeden Fall hast du dich jetzt ein bisschen beruhigt lieber Crash ja gut das hätte man sich aus dem TS werfen müssen weißt du sehr nett nein ey echt ich war aber echt ein bisschen angebissen weißt du weil weißt du nicht manche Strecken waren ein bisschen kurios gelegt weißt du und dann wenn du jedes Mal nicht ins Ziel kommst das ist schon ein bisschen das zerrt jetzt stehen wir alle hier an der Kreuzung oh Alter wie steht hier denn da Oha geil oh ich bin wieder mal nicht dabei oh wer ist denn alles hier oh nö mich hat's einfach zu irgendeinem einsamen Punkt das war auch alleine also hier sind eigentlich alle Blue Crash Crazy also eigentlich die komplette äh GC Gruppe alle von GC sind da das ist auch mal was Neues das ist der Gamers Tech Server ja ja tja ich bekomme noch ne Einladung oder müssen wir jetzt hier warten bis ihr Rennen startet also ich zahle erstmal mein Geld ein sicher auf der Bank bevor ihr jungen muss dann kommt dann und sagt ich hab nicht viel ich hab jetzt 15.000 wow ich hab 4000 4000 Dollar grad gemacht wie viel rennen haben wir immer 10 22 oh da hab ich ne Einladung bekommen was da war 22 wir haben fünf Rennen gemacht es ist gelogen du erzählst wir seht ihr jetzt auch mal mal XMB Menü liebe Zuschauer das ist Wahnsinn oder oder das ist hey wow der Wahnsinn du kannst du nicht über Handy nee 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 es geht ja Lobby Einladung Lobby Einladung geht nur über die PSN okay dann machen wir eine neue Spielliste ich frage mich von oben ein und fern ist mach ich noch schnell zu Lost Santos Customs und ich bin gleich wieder zurück gut Jun mal so ein bisschen mal weiter ein bisschen ach scheiße jetzt hab ich viel viel kann ich ja nicht machen was mit schießen oder so wär mal ganz cool ne was so Deathmatch Team Deathmatch ja irgendwas wo mal ein bisschen rumrennen und schießen und so Team Deathmatch ach so ok dann mach ich mal mach ich halt mal mach mal halt mal halt mal mach ich noch mal halt so climb Konstantin Mettich 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 Deathmatch Team Mettich hä Mettich 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 des Doku kürzeln um die Erden nicht gut aus der Zufriedenheit überlegen und würde mich hier und ins Wien geführt der Mexiko Gründer der Welt und wir müssen uns geöffnet groß ist ja alles wird Domestika Buß 5 erreicht oder ja juck skywalker luke skywalker ich bin dein vater luke ich bin dein vater nein ich bin dein vater alter unter weiter junge ich bin der die russer zu dir hat mir nicht die hand ab junge sonst kriegst du das kriegst du ganz böse hausarrest nach aller es funktioniert hier super toll die schrift schreibt noch mal warum mache ich das eigentlich nicht super toll da kann einer sagen warum das q emblem auf der motorhaube so schwein teuer ist mein gott ich weiß gar nicht warum es bei mir an derzeit wird ständig und dann auch so piss klein ist das eigentlich gar nicht eingerichtet schau mal genauer hin was fällt dir auf dass das ein fake buffalo fbi ist ja übelst hässlich aussieht übrigens jetzt muss ich mal gucken wo die schwingen auspuff an ey ich weiß dass man die stoßstange weg glitschen kann da mitten in der stadt deswegen sage ich ja fake buffalo fbi er sieht aber fast genauso aus 8 2 1 kacke der waffel an sich ist ein cooles auto aber so geht da das ist wieder so ein scheiß hier na gut dann machen wir das machen wir das so und ihr könnt ja bloß vier mitspielen auch bahn ich muss wieder den job verlassen schüttel crazy die jetzt da raus hau da auf die fresse hau da ja gewusst dass das wer Prozent ich hab's gewusst hüttel das war ja mit meiner karre dort zwar der dkw ob nichts zu machen ich sitze mal im auto aber ich bin mal kurz hier zurück wirst du und Er hat eine Karre genommen und hat die, keine Ahnung, hier hinten fahren und wie. Den Tritter hier laufen gegen eine Autos gegen hier. Ihr steht aber auch richtig gut, ne? Nicht, dass ihr den Verkehr aufhalten würdet. Nö. In irgendeiner Hinsicht. Nein. Darauf. Nein, wir stellen uns hier einfach mittendrin und sagen, fickt euch, ihr Wichser, in der Fall raus. Wenn ihr immer noch da steht, dann... Dort ist es schon wieder total hyperventiliert, wie heißt es? Hyperventiliert, soll ich sagen. Hyperaktiv, Alter. Du, lass die Leute in Ruhe, die haben mir nichts getan. Mein Gott, bis das hier mal reagiert, ey, das ist übel. So, dann nochmal. Das hier geht nämlich... Aber ich finde das komisch, es steht... 4 bis 16. Ja, das heißt, man kann mindestens 4 Leute mit meinem Auftrag starten. Ja, aber bis 16. Und wenn ich reingehe, dann sind bloß 4. Aufgelistet. Das ist kaputt gemacht. Ja, das Spiel ist jetzt kaputt. Und was noch jetzt? Man sieht, schroddelt, was ihr prima hingekriegt. Ja, wenn Tierarzt nicht angezeigt wird, dann müsste es ja nochmal laufen. Das ist so... Geschicht dieser den 4 Team, und ich schreibe, ja, alle, ist hier was los? Ich probiere es einfach nochmal. So, 1,2, eine Wattlose macht. Das kann gut sein, weil das 4 Crews sind. Das kann gut möglich sein. 2. 2. Oder Teamplay? Vielleicht irgendwie, äh Team. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, genau. Aber wenn sie an das geht, geht es nicht. Kann man ja nicht ändern. Kann man ja nicht ändern. Nee, wo hockten ihr hier rum? Immer noch eine Kreuzung. Ich glaube, ich habe schon wieder 3 Sterne, wenn ich was gemacht habe. Hallo, hallo. Wow. Also, der Bulle, der weiß auch genau, da muss er langfahren. Der hat auch seine Route. So, Spieleliste war hochgeladen. Jetzt mache ich nochmal meine Spielelisten. Komm jetzt, jo. Hast du bei Rockstar jetzt eine Spieleliste gemacht? Ich habe jetzt gerade eine Spieleliste gemacht und habe jetzt, äh, und jetzt würde ich da reingehen. Du musst aber deine Marie loggen, ja, weißt du. Also, aus GTA Online komplett raus. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt in GTA eine Spieleliste gemacht. So, jetzt steht hier Spieler 1 bis 4. Was soll die Scheiße denn? Das ist ja voll gelogen dann. Dass das zu 16 geht. Wohl angelugt. Was wäre das gewesen? Team Deathmatch oder Deathmatch? Deathmatch, ja. Oh, Krankenwagen. Oh, ey, das gibt's doch nichts. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Was macht denn die... Oh, Alter, was ist hier los? Keine Ahnung. Alter. Alter, ist in hier, Stau, Alter, ist in hier kaputt. Ja, liebe Leute, sorry, was ist denn hier los? Doch, jetzt ist er da drin. Ach, jetzt ist er da drin. Du bist hier nicht ein toter Bulle, Blue. Ja, also der Krankenwagen... Hast du schon wieder Scheiße gemacht? Da wollte ich mal jetzt auch sagen, der hat auch richtig schöne rote Farbe. Und der will mir nicht mehr. Der hat doch so ein bisschen umgeknallt, ey. Ey, ey, ich nehme mir mal jetzt einen Krankenwagen. Kommt hier. Scheiß, was drauf. For the win. Krankenwagen, for the win. Genau. Machst du. Alter, wie die Bullen hier über die Kreuzung heizen, war's ja wahnsinnig. Ich hab Angst irgendwie. Alter. Ich hab Angst irgendwie. Ja, guck dir das mal an hier, Alter. Total crazy. Stau vom Feinsten hier. Guck mal, wo die hinwollen. Vor allem das Geiste, vor allem das Geiste ist dein Auto. Hat ja noch nichts. Guck, ob mich die Bullen hier fielen. Ey, das ist so nervig. Ich drück einmal X und dann fragst mich, ob ich den Job stoppen will. Ich steh'n hier rum. Was ist denn hier los? Hier. Ja, Bob, Bob, was ist denn? Soll ich dich mitnehmen? Soll ich dich mitnehmen von hinten? Oh, mein Hammer gleich. Pssst, ich bin nicht von hinten. Was macht der jetzt? Hey. Ja, er blitzt da durch die Gegend, Alter. Aua, boah, die Tür fällt weg. Ja, oh, der. Wenigstens ein Andenken an meinen Krankenwagen. Ich bin so begrüßt. Hat da gleich ein Cabrio draus. Wunder. Habt ihr mal gesehen? Ich wurde da. Ich mach's nur, Alter. Vom Hering. Ich hab mich voll gewundert. Das warst du. Guck, jetzt schnappt er sich wieder seinen Krankenwagen. Ja, natürlich. Wo ist denn? Jetzt blick ich hier gar nicht mehr drauf. Gehört? Steck da ein. Pass auf, jetzt geht er stüffen. Ich hab'n geküßt. Wunder mal sehen, du. Oh, halt was. Der Hering hat mich im Tiefen gemacht. Du bist aber ganz schön lahm mit deinem scheiß Krankenwagen, du. Okay, wenn ich dann mach doch, dann startet er so einfach irgendwie ein Deathmatch und dann... Aber da verbindet sie Räder. Dann müssen wir uns da wieder in die Sitzung so selber zusammenstellen. Also immer wieder auswählen. Ja, jetzt nehmen wir das Rennen mal. Guck mal, das kann. Ja, weil das komisch ist, hier sind ja bei mir ganz andere Dinger, die waren überhaupt nicht vorher da drin. Versteh ich. Ja, sag mal, hast du... Das Spiel spinnt einfach fertig. Hast du ne Deathmatch, äh, äh, Spiele... Ne, nur Rennen. Ich hab ja wirklich nur jetzt... Vorhin noch das mit dem Rennen ganz schnell gemacht. Bei mir hat das auch umgesponnen heute. Achso. Musste ich extra die ganzen Rennen normal fahren, damit, äh... Die angezeigt wurden bei mir. Du hast normalen Deathmatch in der Team-Deathmatch. Ja, ich mach ja grad wieder rein. Aber... Ich weiß ja, wenn ja alles irgendwie... Alter, wo fährst du da lang? Ja, ich muss doch hier... Ich hab doch Sirene an, die müssen doch zur Seite fahren, oder nicht? Aber nicht, wenn du auf der falschen Seite fährst. Die reagieren, glaub ich, eher verwirrt. So. Hey, Crazy, mach's vom Busch-Shop. Die wissen, die kriegen Führerschein-Entzug, wenn sie nicht zur Seite fahren. So, zeig ich noch mal. Was die macht? Wow. Ja, so bestimmt nicht. So. Ne, das klappt nicht wirklich, also fahren wir hier. Oh, der hört ja auch. Wir machen hier auf der Kreuzung eigentlich einen Krach, ey. Ist ja übelst. Und ich bin ja auch noch bei einem. Ey, wieso sind die... Ist die Polizei immer noch bei euch, oder ist es der Verkehrrad, der so einen Krach macht? Und rumhobt. Hallo? Ey, verkehrt... Verkehrte Straßenseite benutzen. Oder die Straßenseite verkehrt benutzen. Ja, alles klar. Alter, was ist das? What the fuck? What the hell? Alter! Ich bin so fresh. Das ist ein Vuvuzela, soll das sein. Gar nicht so, wa? Fußball. Scheiße. Das sollte aber so ein Vuvuzela sein. Weißt du denn, wer wie Dortmund gegen Bayern gespielt hat? Weißt du das? Ah, naja, aber bloß mit Fußball. Da brauchst du mich gar nicht fragen. Kannst mir ja ahnen. Johan, da ist gestorben. Keine Ahnung. Ist du gerade von der Brücke gesprungen? Helf. Guckst du Bundesliga, oder was? Ja, gelegentlich. Gelegentlich. Eine Einladung. Also wenn du nur EM, WM, sonst nix. Bumm. Guck. Bumm. Einladung bitte annehmen. Ich mach jetzt eine Einladung rum. Denn... Jetzt dürfte Blue wahrscheinlich nicht mehr da sein. Hoho, das denkst du aber nur du. Weil ich bin ja weg. Ich bin ja weg aus dem Auto. Quay. Ja, und? Was ist jetzt so weiter an deinem Auto? Ja, aber fährt nicht weiter, weil ist ja mein Auto. Wir haben Glück, weil die ganzen Dinger sind bis zu sechs Spielern. Warte. Äh, Quatsch, also das hier ist bis zu sechs Spielern, so würde ich sagen. Sorry, das war auch schon. Okay, ich seh da drei Jets. Das kann ja nur lustig sein. Und ich mach natürlich feste Waffen, weil, ne? Sonst fängt wieder irgendjemand mit einem Minigunner oder Raketenwaffe rum. Jets und Container und mitten auf dem... Okay, was ich mit dem Crazy und dem Blue? Ich mit Dodge und Crash. Yeah. Chris, halt dich zurück. Warte mal, Panzerung. Normalerweise müsste der Crash ja zu uns kommen. Hast du deine Panzerung gekauft, Onkel? Äh, ja, ist aktiv. Hast du aber nicht gekauft. Immer schön in Deckung bleiben, meinte ich, Chris. Hoffentlich habe ich jetzt nie wieder diesen Auto-Aim-Bug. Auto-Aim. Ach, das sowas ist das denn schon wieder. Oh, Cargo-Bobs, geil, 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 geil. Erledige einen Spieler im Nahkampf. Wie jetzt? Ich nehm den Kampf, Shad. Ich nehm den Cargo-Bobs. Ich nehm den Cargo-Bobs. Ich nehm den Faro und erledige einen Gegend. Jetzt nimmst du mit dem Bird? Das ist ja beschiss, die haben irgendwie alles und wir haben nichts. Ja, nichts. Doch, wir haben gute. Das ist doch beschiss, Alter, ihr habt da Cargo-Bobs und keine Ahnung was. Und wir haben hier nichts, nur Waffen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das war's! Oh nein! Du solltest mal Flugstunden nehmen. Das Ding ist so riesig und hier ist so wenig Platz, Alter. Da ist was, da ist was! Da unten sind Boote, ne? Oh, alle Leute hier! Ich hab euch gesehen! Scheiße, es wird schwer, euch anzugreifen, wenn ihr auf so einer Plattform seid, die erst später spawnt. Das ist alles super! Voll! Und was ist jetzt das Ziel? Dann muss ich hier, ja, im Nahkampf, ich erledige den Gegner im Nahkampf. Du kommst ja nicht mehr, das ist doch bloß so das, das ist doch bloß so das Spezielle. Achso, das ist die Herausforderung. Das ist einfach bloß eine Herausforderung. Boah! Ey, das ist so schwer, euch da unten auf dem Wasser anzugreifen, weil ich bin ins Wasser geplatscht. Kannst du so schnell diesen Unfall bauen? Die geplatscht. Die Plattform ist weg. Oh, aber lass mich rein. Na, eben, ist weg. Ja, wo sollen die denn hier umlungern? Also auf dem Wasser bestimmt nicht. Wo sind die hin? Da kommen wir, ey, 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 bringen uns mal zu denen rüber, dass wir da auch mal so ein bisschen was holen können. Da drüben ist es crazy, da drüben rechts ist es crazy im Wasser. Hol dir mal noch mit. Ich war da rechts, rechts drehen, drehen, drehen. Warte, ich versuche... Da ist er, siehst du? Genau vor dir. Stopp! Seid ihr am Strand irgendwo, oder was? Ja, danke! Dingo! Alter, fährt er mich platt, fährt er mich um. Ja, ich bin stehen geblieben. Das hat mich umgefahren. Ey, wo der Onkel gesagt hat, stopp, da bin ich auch stehen geblieben. Also, beschwere ich. Da oben steht er, ich kann durch die Brücke durchgucken. Fahr einfach, komm einfach hinter dir runtergesprungen, crazy. Ich bin total verwirrt. Wo seid ihr? Ich bin total verwirrt. Ich bin total verwirrt. Ja, ich bin total verwirrt. Ich habe das gerade. Da ist gerade ein Schlutzig abgeschmeckt. Ist seine Aufgere von aus geworden raus gefallen. Deswegen, warum, wie gesagt... Wunderkesterone hat er eingesammelt. Der Crazy sind. Oh Gott, jetzt ist der Fitter, so. Was ist denn da das blaue im Wasser? Siehst du das, Don? Ja, ich bin auch. Ich glaube, die Sonne, oder? Nee, das ist doch Wasser, oder? Nein, wir haben... Blau ist im Wasser. Mach doch meinen Körper, du Idiot! Na, ich weiß ja, der macht dann irgendwie doch keinen. Plattform landen, aber wir können ja nur vorbeifliegen und dann... Boah! Ey, das ist doch kein Fahrzeug! Das ist übrigens weh, wenn man so immer auf dem Rücken landet, ne? Was meinst du, wie die Schildkröten sich fühlen, wenn sie sich auf dem Rücken... Haha, er stürzt genau neben mir ab, wie geil! Das ist hier blau, sowas. Ey, ich glaub das ja einfach nicht. Ey, das ist doch fast Team-Fahrzeug-Deathmatch. Das ist doch kein echtes Team-Deathmatch. Bin hier mitten auf dem Ozean hier und muss schwimmen. Scheiße. Das ist gar nix. Irgendwie blau, aber alles nix. Oh, ist das kaputte Boot? Wo ist das nächste Boot? Gibt keine Boote mehr. Nö, der Dodge hatte ja weggedodged. Herr 1 war da, dass ich abgeknallt hab bis jetzt. Ja, und jetzt häng ich dir im Wasser. Und nun? Ja. Irgendwie komisch ist das, Mensch. Wo sag ich dich? Was bist du denn? Ich seh dich doch irgendwie auf dem Radar, direkt vor mir. Blutsch, ich geh auf der Tauch dazu. Sieht mich keiner. Da, 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 da. Der Strand ist so schön, so schön, so schön, so wunderschön. Oh, Riesenrad. Jetzt hab ich crazy oder wie noch überhört. Ja, da hab ich da unten ein Visier. Bitch. Jo. Hier ist ein München Visier. Was? Irgendwenn hatte ich da eben. Ihr seid da im Wasser, am Schwimmen, okay. Es geht nicht anders, du kannst dir nichts mehr machen, wenn du runterfällst. Ja. Oh. Habt ihr denn alle mich geschießt? Oh. Nehm ich doch mal ne... Ne. Ich hab keine Sniper? Was? Was? Was ist das denn? Der besucht mich ja dort abzuschießen. Aber durch Wasser lässt sich so schlecht schießen, ne? Ihr müsst doch irgendwo... Ne, 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 ich hab feste Waffen eingestellt. Das war bloß die Waffen, die... Hä? Da ist doch wer... Alter, ich kann mit dem kaputten Boot fahren. Cool, ich brauch mich bloß nach hinten zu stellen, dann schon fahr ich. Echt? Das sind die Kugeln, die von mir aus einschlagen. Loll, nein, das funktioniert. Ich fahr ja mit dem Boot ganz schnell übers Wasser. Also das heißt ganz schnell, aber... in einer angenehmen Geschwindigkeit übers Wasser. Warte mal, da hinten ist was? Geh, für einen Dollar durchs Fernrohr gucken. Guck doch endlich durchs Fernrohr, mein Kollege. Nicht das Handy. Nicht das Handy! Fernrohr! Ach komm, dann leck mich doch. Alles verpackt wieder. Irgendwie blaue Punkte hier vorne, aber... Äh, ja. Oh, komm! Jetzt geht's nicht mehr. So eine Scheiße, warum jetzt nicht? Ach doch, jetzt geht's wieder. Oh, da wohne ist ein Boot! Da wohne ist ein Boot! Ja, stell dir vor, er würde es noch Heile geben. Äh, Chris oder Retze, habt ihr zufällig grad ein Helikopter, womit ihr mich von der Plattform abholen könntet? Geht mal raus aufs Meer! Äh, ich bin, ich bin eh, ich bin auch grad mitten im Meer irgendwo, äh, abgestürzt. Und du bist jetzt hier... Ja, ich bin hier am Tür. Am Tür, glaube ich, ja. Hast du ein Helikopter? Konntest du ein Helikopterpack nehmen und mich hier aufm, aufm links abholen? Ja, auf so einer Plattform, ist so ein bisschen weiter draußen aufm Meer. Aha. Ja gut, ich werd mal unterwegs laufen. Laufen, laufen, laufen. Unterwegs laufen, okay. Richtig gute Grammatik, richtig gutes Deutsch, das... Da lernt jeder was von... So, wo hab ich denn mal nen Heli? Kommen meine Kugeln da hinten überhaupt an bei Onkel? Nö. Schade. Schade. Ist das... Das ist jetzt auch so ein spezifisches Stairsmatch, oder? Ja, find ich schwarz. Sowas find ich doch wieder scheiße, wenn du sie durch... Ja, vor allem weil du nicht auf die Plattform drauf kommst, wenn du einmal runterhüpfst. Ja. Da hätten sie feste Waffen Raketenwerfer machen können oder sowas. Weil ich stell ja prinzipiell immer feste Waffen ein, weil ich finde es immer blöd, wenn dann jemand mit einem Panzerfahrer so Ding da rumschießt, weil er das eben sich geholt hat. Und die anderen sich das noch nicht leisten konnten. Ja, dann holen wir... Chris kommst du mit? Dann holen wir ihn mal eben ab. Ambulance. Ja, genau. Wir sind aufm Weg. Wir sind die alle am Strand. Rundruf 110, oder wie das Ding heißt. Vorsicht, das Riesenrad. Der schießt irgendwie auf uns hier, irgendein Depp. Oh, da ist ein roter Punkt. Gib Gas, gib Gas. Lass doch bei dem Boot aller langsam halten. Nee. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Nein, das ist der Fallschiff. Leg drüber. Die schießen euch ab. Nee. Ja, das sieht man echt total doof. Ja, ich bin hier immer mit dem Jet rüber geflogen. Boah, was ist das denn? Da ist eine Plattform. Boah, Alter, Alter. Da steht. Was ist das denn hier für eine Plattform? Warum steht die hier? Was ist denn das denn Ding? Das sieht aus wie so ein Öltank. Warte mal. Wenn du das kannst. Schön, der drauf ist immer gespawnt. Der drauf ist immer gestartet. Ja. Oh nein. Nein. Jetzt bin ich jetzt mehr. Oh nein. Boah, Alter, Leute. Mach mal langsam, ey. Alter. Und das war letztes Mal auch der Fall. Hast du, Onkel, noch gesagt? Oh, so schlimm ist das doch gar nicht. Toll. Es hat keinen Sinn mehr. Selbstwort. Ich wollte dich noch abholen. Ambulanz war unterwegs. Ja, im Wasser geht's nicht. Im Wasser geht's nicht. Ich bin wieder um. 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 Ja. Dann kann er, glaube ich, wenn du ganz dicht über dem Wasser fliegst, dann kann er, glaube ich, einsteigen über dich. Ja, ich bin jetzt wieder auf der Plattform. Ja, wir kommen da schon. Rescue for the wind. Yo. Rescue. Komm, Rhin. Ja, das Problem ist. Ganz nicht drehen. Äh, Rotoren. Schleif dich nicht an die Rotoren. Ja, dreh dich mal. Versuch mal, dich zu drehen mit. Oh, Leute. Falsche Taste, aber auch egal. Fuck. Ich renne einfach rüber. Ich renne einfach rüber auf der anderen Seite und jetzt lande nochmal so. Geh da weg. Weg da. Ja. Alter, ich bin jetzt komplett rüber geschwommen, ey. Leg mich am Arsch. Jetzt ganz schnell wieder zurück zum Festland, bitte. Und dann bitte mich da beim Little Bird oder so rausschmeißen. So ging's mir genauso, crazy. Kannst du links vom Pier heilen, hörste? Links vom Pier. 5 Minuten hier fliehen. Irgendwie, 5 Minuten hier fliehen. Da hinten, wo die Titan und so steht, da möchte ich gerne abgesetzt werden. Ich flieh'n ja mal nicht mit Titan, oder? Du fehlst schießen hier, die Leute anderen. Runter, 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 runter. Mach so gleich Titanfall. Titanfall. Das ist hier, die. Ne, ja, läppig. Boah, Alter, das ist das nicht doch mal ne Landung, oder? Hey, ja, lanke Schleiter hier. Ich lebe mal hier raus. Ich lebe mal raus. Ich lebe mal raus. Ich lebe mal raus. Ich lebe mal raus. Manchmal kann ich es über Klappe halten. Man wüsste, wo die Gegner sind. Seid ihr alle auf dem Wasser? Nö. Seid hier? Ich wollte jetzt heimlich mit dem Chat kommen und die Typen abknallen. Hallo, Mann. Hey. 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 Dort, du hier bist. Ich. Stürf! Der Jet war bei mir rot. Also, ne? Du? Mann, Mann, Mann. Da konnte er nicht warten. Oh, jetzt habe ich keine Munition mehr. Ups. Denk mir das. Jo, man muss ja auch gucken. Ganz wenig Munition hier. Ja, ich habe gar keine mehr. Der Onkel. Ein bisschen Heli hier. Verkommst mit Rätsel? Äh, ja. Hat Bumm gemacht. Irgendwas muss ja hier noch passieren, hier bei diesem ultra coolen Deathmatch. Was die Leute sich hier ausgedacht haben. Mann. Die hatten nämlich hier Raketen dran. Muss ich einfach kurz gucken. Leute, wählt dieses Deathmatch nicht an. Das scheint nicht... Naja, das ist absolut kacke. Ja, wie kacke. Das bricht mit der Arsch. Oh, 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 oh. Was ist denn hier los? Das gehört von einer Liste. Ja, vor allem ihr... Ihr seid hier direkt hier vorne mit den ganzen Hubschraubern und hast nicht gesehen und wieder hinten irgendwo... Aber da hattet ihr ja eigentlich auch Schätze, aber irgendwie waren die ja doch nicht da. Was ist denn hier? Ne, wir hatten nur ne Plattform. Wir waren einfach nur Container aneinandergereiht. Mehr war das nicht. Boah, Mann, was wird denn da? Nein, da wie so ne Fliege wieder gesandt. Pff. Da noch ein bisschen Action. Hätt ich mal Jet, ey, da könnte ich wenigstens für den Onkel abknallen. Oh, er fliegt gleich in den Fallen. Krieg den Taschjet nicht, ey. Scheiße. Ja, also wenn ich jetzt Co-Pilot noch ein... Ey, Blue. Das bringt ja auch nicht mehr. Das war gar die gleiche Idee hier. Das spiel ich nicht. Nee, die haben aber mal nicht den Vorteil, muss ich sagen. Blut. Die für die nächste Spring regiert die Nebel, Alter. Also das ist für mich kein Erkläriges Death Match. Das Arte zum Fahrzeug Death Match aus. Meine Mann noch. Beruhers. Kann man anvisieren? Oh, fuck. Ich kriege ihn nicht an die, das schaue die Erwackelt, so. Das ist ein Platz zu tun, bis zum Strater. Jupp. Lennon mal ein Wasser. Oh, ja gut. Druck für eine Erwärmung. Blut. das bringt ihr doch nicht. Das bringt ja rein gar nichts, das Ding. Passagierflugzeug, das... Obwohl, du kannst den mal aufsäbeln. Den scheiß Hedelfieber da. Da kannst du den mal aufsäbeln. Schieta. So. Ich hab schon wieder kein Auto-Aim mehr. Oh man. Die sind schon wieder los. So ist das. So ist das. Wieder zurück bei diesem spannenden Deathmatch. Naja, spannend, naja. Na gut, wenn man jetzt hier so mit dem Chat rumfliegt, ist doch schon spannend. Alter, die Rakete. Alter. 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 Oh. Oh ja, komm, anvisieren! Orkieren, orkieren! Ach nee! Ey, bleib doch mal stehen! Bleib doch mal stehen! Jawoll! Jawoll, endlich! Ich hab ja keine Munition mehr, ey! Wir sind am Führen, wir sind am Führen! Wo sind denn eigentlich die ganzen Frauen hier am Strand? Die ohne BH rumliegen? Oh, Uncle, wenn du das bist, dann hau ab! Ich dachte, das Spiel wäre ab 18! Da müsste doch so was drin sein, oder? Und noch was ich schweißen Auto-Amm, hier weg mich auf, Puller, Mann, ey! Ja, voll ist immer der einzige, der irgendwie Auto-Amm-Problem hat, bis hier, oh! Dann ist Auto-Amm-Zum-Widerweg, ich weiß nicht, was los ist mit dem Kack-Spiel! Komm ja, ohne in Optionen! Alter, der Typ mit zehn! Rockets! Ich hab' keine Richtigkeit mehr! Ich hab' keine Richtigkeit mehr! Ich hab' keine Richtigkeit mehr! Wir sind alleine! Hier und so die Rekete von dem Mann! Wir sind so unkönültig oder crazy, ey! Es ist so lustig! So lustig! Bo, außer Ferne! Boah! Ach Mensch! Sind denn die anderen zwei eigentlich mal so? Oh, oh! Über mich! Ich war muss gerade im Menü, Freunde! Okay, geht's jetzt doch endlich mal rund! Lass mich da einfach mal... ins Menü! Das ist wie... Oh, Hilfe! Nein! Wo steht er denn? Ada! Oh nein! Oh! Das war die Rache, ne? Die war sowas von süß! Boah, ja geht ne! Die fliegen so scheiße! Sweet, sweet, Wrench! Sweet, sweet, Wendler! Boah, zum Glück! Boah, gewonnen! Boah, Gott sei Dank! Ziel nicht erfüllt! Erledigt einen Spielheim! Per Wien auch! Boah, cool! Dafür gab's aber... 5490 Punkte! Äh, Dollar! Scheiß Deathmatch, aber cool! Viel Geld, Alter! Ja, weil's auch lange ging, ne? Alter! 15 Minuten war das bloß! Ich hab ein Standbild! Na jetzt! 15 Minuten war das bloß! Bloß! Na, 15 Minuten sind vor mir eine Stunde! Ja eben, ja auch! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Scheiße, Scheiße! Ja, war definitiv kacke! War auf jeden Fall scheiße, ja! Muss ich groß sagen! Da kann man wohl ja nicht vorher wissen, ne? Ich glaube, wenn da... Wenn da wirklich denn, äh... 8 gegen 8 oder so, wenn die Bude richtig voll ist, dann... Ja, das Problem ist ja... Die Plattform... Das Problem ist die Plattform, die wir ja hatten... Ja... Ah, das war doof! Da steht nur ein Boot rum und wenn das Boot kaputt ist, dann ist es halt weg! Ja, und irgendwo in der Luft ist da irgendein... sind da Container gespawnt... Äh... Das ist doch unsere Plattform! Die Plattform, da haben wir doch angefangen! Ja... Da sind nur die Container aneinandergereiht, da sind wir gespawnt! Ja, nur feste! Panzerfaust! Ja... Ah, dann heißt es, normalerweise müsst ihr euch da drauf bewegen und wir kommen mit den Flugmaschinen und knallen euch ab! Also das heißt, das Team, was da spawnt, hat verloren! Ja, eben! Das finde ich das auch sinnlos! Das ist dein oder wie! Aber ich bin jetzt... Ich hab keine Ahnung, warum... Das ist Panzerfaust! Ich hab keine Ahnung, warum hier Panzerfaust, aber mal lieber reinmachen! Ja, Panzerfaust ist schon lustig! Ja, jetzt haben wir ja nur Panzerfaust, das ist ja das lustiger! Die müssen...